Och du Gott. Fiffi! Äh, Woof? Ja. Das war die beste Unterhaltung, die ich seit langem geführt habe. Oh ne, verdammt, jetzt geht das hier von wollen. Verzeihung! Schwein! Schwein! Wir hören ja recht viel von dem Hund. Was war denn der sonst noch so zu... Ach so, jetzt hat er keine Zeit mehr mehr für uns. Hi, oh, 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 wie konnte mir das passieren? Entschuldigung, oh, 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 wieder zurück. Ui, 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 tut mir leid. Oh, oh, oh. Oh, 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 tschuldigung, bin ich aus dem Bildschirm geklickt. Ui, 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 ui. Oh mein Gott, fettes Stück. Oh, das... Hey! Äh! Geh in die Küche, du fettes Stück Scheiße! So. Zack, dann machen wir das doch gleich. Ja, ich, wie gesagt, ich kenne das Spiel auswendig. Ähm, rede damit. Ich kann es nicht verändern. Äh, nee. Nimm! Krabsch! So. So, jetzt fällt mir gerade auf. Oh. Ja, natürlich. So. Pss. Gib Fleisch an, äh. Okay, dann nochmal. Was haben wir denn hier? Untersuche, schiebe, schließe, ziehe. Gib. Untersuche. Jetzt. Okay, das finde ich ein bisschen doof, aber okay. Gib Fleisch an. Gibt es nicht kombinieren oder so? Hallo? Benutze Fleisch mit Eintopf. Und jetzt nehmen wir uns einfach den Eintopf. Merkwürdigerweise kommt der jetzt gar nicht mehr der... Au! Ah, sehr lecker. Ja, sehr schön. Öffnen. Ich will diesen Fisch. Na gut. Ah, okay, das war nix. Was war noch mehr? Komm. So, endlich haben wir einen Fisch. Und dann rennen wir lieber mal schnell weg, bevor uns der... Hm. So. Keiner hat's gemerkt. Do, 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 do. What be ye what, boy? Ich bin kein Boy. Ich will Feuermann werden. Ich werde euch alle töten. Ich will Pirat werden. Ganz klar. I want to be a pirate. You are a pirate. So what? My mother us. Hey, don't forget we're short on hemp because of this holy chuck thing. So, so, no pirates means no swag. And no swag means no grog. And we're getting dangerously low on grog. Ich mach mir auch oft um den grog-Nachschub sorgen. Do you have any special skills? I can hold my breath for ten minutes. Toll. Well, alright. But you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through the three trials. Äh, what three trials are those? Die sind easy, Piprush. Mach mehr. There are three trials, which every pirate must pass. You must master the sword. Yes. And the art of thievery. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Ja, echt wichtige Leute. Right. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery and the treasure. Oh, ich hab was vergessen. Erzählt mir mehr über die Fechterei. Tell me more about mastering the sword. First, get ye your sword. You must seek out and defeat the sword, Master. Someone in town can probably direct ya. Oh, I want to find somebody to train ya first. Imagine trying to take on a sword, Master, without any training. Ha, 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 ha. Wie war das nochmal mit der Fechterei? Erzähl mir mehr über diese Kunst des Diebstahls. Das macht mir jetzt nichts. Wir wollen Sie ein kleines Wettbewerb für uns ein kleines Wettbewerb für uns. Die Wettbewerb von vielen Händen, in der Gouverneur. Der Gouverneur hält die Wettbewerb von vielen Händen, in einem Display Case in der Gouverneur, in der Stadt. Du musst nach den Gästen gehen. Das Schwierigste ist, dass wir nach den Wettbewerb von draußen gehen. Ja, hatten wir, hatten wir. Erzähl mir mehr über die Schatzsuche. Machen wir das? Ziehen wir das? Oder ihr seid übel riechende, groggurgelnde Schweine? Ne, wir machen alles durch. Das ist ein kleines Wettbewerb für uns. Lägen hat es, dass es ein kleines Wettbewerb hier auf der Straße gibt. Alles du musst, ist zu finden, den legendärischen Kleines Wettbewerb von Meillen, und es zurückgebracht. Wollte ich eine Karte oder etwas? Na, du kannst gar nicht zu finden, ein kleines Wettbewerb ohne Wettbewerb. Und nicht vergessen, X merkt die Platz! Oha! Oha! You're a bunch of foul-smelling, grog-swilling pigs! To be a pirate, you must also be a foul-smelling, grog-swilling pig! Big! Okay, was ist denn überhaupt in diesem Grog drin? What's in that grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following. Kerosene, Propylene Glycon, artificial sweeteners, sulfuric acid, rum, acetone, red dye number two. Scum! Axel grease, battery acid, and or pepperoni. As he can probably imagine, it's one of the most costic, volatile substances known to man! The stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them! Hahahaha! Okay, dann geh ich mal wieder! Leave us to our drogue! Come back later and tell us how you're doing! Gozy? Naja... Hey! You can't come back here! Is very good. Gozy. Aber wann kommt er noch mal raus? Du willst noch mal in die Küche. Noch mal in die Küche. Okay, sehr gut. Sehr gut. Fresse, Fettsack. Ups, was ist denn? So, schließen. Ich habe nämlich was vergessen. Und zwar diesen netten Topf. Rede mit Topf. Ich glaube, ich könnte mit dem reden. Ziehen, gib. Na komm. So. Schön. So. Merkt keiner. Und es geht weiter. Dann gehen wir noch mal ein bisschen durch die Stadt. Oder das Dorf.